Na ja, also wie geht's euch? Ein paar Mängels am Start? Wild! Wir kennen uns so ein paar Mädchen. Servus Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freunde, heute eine absolute Exklusivität zum allerersten Mal das Format Was trägt Wien? Deswegen schreibt mir nach dem Video unbedingt euer Feedback rein. Wir haben uns da inspiriert an einer großen Größe im deutschen Fashion Game. An Mahan, der exklusiv dieses Format zum allerersten Mal auf YouTube gebracht hat. Und ich bin der festen Überzeugung, dass gerade Wien die nicesten Outfits hat. Deswegen werden wir heute auf den Streets unterwegs sein. Wir suchen uns extravagante Fits heraus, so Marken und so weiter. Das interessiert mich nicht, sondern einfach das Gesamtensemble vom Outfit muss mich ansprechen. Ich würde sagen, wir schauen los. Übrigens, kurzer Plagg vorher noch. Am 25. Juni erscheint die neue Kollektion von MAM Tabula Rasa. Seid auf alle Fälle gespannt. Schaut in der Infobox rein. Beziehungsweise hier jetzt nochmal das Instagram verlinkt. Folgt da, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und jetzt, let's go! So Freunde, wir haben jetzt die ersten sehr, sehr coolen Fits meiner Meinung nach gefunden. Wie heißt du? Dani. Und du bist der? Tizi. Tizi. Sehr, sehr extravaganter Stil, muss ich sagen. Ich fange mal einfach bei dir an. So ein bisschen eine Anzughose hast du da? Ja, meine Anzughose. Von Asus oder wo hast du die her? Nein, Chanel Vintage. Chanel Vintage, cool. Also du gehst öfter so in Vintage-Läden. Hauptsächlich sogar, ja. Hauptsächlich. Das heißt, die Jacke Yves Saint Laurent, auch Vintage, die ist auch wirklich sehr, sehr fein. Der Stoff ist top. Erinnert sich ein bisschen an Carhartt, gell? Fix, ja. Dein schlichtes schwarzes Shirt dazu? Fix, ja. Fast schon? Ja, Converse. Von der neuesten Converse Collection sogar. Die Schuhe auch von der neuesten Converse Collection? Ja, Mann, ja. Sehr, sehr fein. Also ein bisschen passt zu meiner Hose fast schon, gell? Ja, fix. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich mir so eine hole. Ja, Milchseck. Ja, fix. Aber mir sind die teilweise zu aufdringlich teilweise. Ja, man muss halt dann... Ich meine, ich habe das jetzt auch nicht schlicht gemacht, aber... Ja, wenn man sie gut kombiniert, das ist schon geil. Dann geht's voll klar, gell? Aber ich finde sie teilweise zu penetrant, wenn sie... Ja, ich bin auch penetranter Typ von dem her. Ich weiß ja. Coole Ringe auch. Danke, Mann. So Gold und Silber kann man ruhig mischen, oder? Kommt drauf an. Kommt drauf an, was für Bier das saucht. Ja, okay. Schwächertal ist euer Bier, oder was? Immer Matching. Was da sind Gold-Elemente, das sind Silber-Elemente. Ja. Ihr habt es euch ein bisschen abgestimmt, gell? Mit dem Color Boy über der Tasche. Ich habe nicht mehr gewusst, dass er in Wien ist. Ah, okay. Vielleicht zeigst du mal kurz die Tasche. Sehr, seines. Ah, du hast dann sogar da auch noch eine Kette in Gold. Ah, nichts schlecht. Was hast du da dran? Nice. Sehr, sehr geil. Mit der Kette auch in Gold dazu. Ah, nochmal die Casio. Dann kommt halt der Silver-Crash. Ja. Bicolor kann man machen. Ich finde Bicolor cool. Ja, finde ich auch. Dann so auf Hausmeister angelehnte Schlüssel da noch hängen? Natürlich. Mit Zipper. Ah, nice. Okay, okay. Die Ray-Ban-Gleises dazu finde ich ganz cool in so einem Ockerfarben. Ja, die habe ich mir vor Jahren gekauft. Ja. Jetzt tatsächlich seit zwei Jahren mal wieder repariert. Okay, okay. Aber ich bin wieder stolz sie zu haben. Wo bist du her? Steiermark oder so? Salzburg. Salzburg, okay. Nähe Steiermark. Gut. Hemd dazu? Gibt es irgendwas dazu zu sagen oder einfach nur schlichtes Hemd? Hemd ist nur schlichtes Leinenhemd. Hose habe ich vom Opa geflattert. Vom Opa. Sehr, sehr geil. Also da wird alles wiederverwendet, nichts wird weggeschmissen. Ja. Also die Schuhe. Und die Schuhe. Sehr cool. Darf ich mal sagen, also… Sagt man Slipper? Nein, das sind keine Slipper. Normale Anzugsschuhe. Also abgesehen von den Gürtelschnallen wären sie schon Slipper. Ja. Aber… Ja, die Gürtelschnallen machen es schon umständlich zum Anziehen. Ja. Und die Lederjacke? Die Lederjacke ist tatsächlich auch vom Opa. Auch vom Opa. Sogar noch… Sogar noch mit irgendwo Namensseck. Ah. Da ist sogar vom Opa noch das Namensseck. Ja, Wahnsinn. Unbezahlbar quasi. Vom Siderfritz. Ja, vom Siderfritz. Sehr, sehr geil. Jungs, ich feiere auch einen Style. Wirklich sehr, sehr cool. Top, top, top. 6 Million. Danke vielmals. Danke schön. Wünsche euch einen schönen Abend. Und dann macht's weiter so. Ja, einfach. Mach's das gut. Ich will jetzt nicht unbedingt vor die Kamera, aber schaut euch mal diese Hose an. Wie krank. Sie hat sie einfach selbst geschneidert. Also richtig, richtig nicer fit mit den Schuhen dazu. Wirklich cool. Ich stehe da bei der Nina, oder? Ja. Nina, du hast eine sehr, sehr coole Hose an. Danke. Warum hast du die gekauft? Weil sie cool ist. Weil sie cool ist. Vor allem mit den… Wo hast du die her? Von Shein. Okay, das heißt, wirst du nicht viel dafür bezahlt haben. 20. 20 Euro. Auf entspannt, oder? Ja. Strick-Sweater. Hast du… Ist das so gegiftet von deiner Oma, oder so? Nein. Ist auch von Shein. Ist auch von Shein. Also, Shein kaufst du viel ein? Ja. Die haben so die Sachen, die du nice findest. Die Ringe auch. Ringe auch? Ja. Okay, cool. So quazmäßig. Hast du auch den Ohrenschmuck so ein bisschen abgestimmt wahrscheinlich? Okay, nice. Jacke, auch Shein? Nein. Ich weiß aber gar nicht mehr, woher er ist. H&M oder so. H&M. So puffer, sehr, sehr locker. Cool. Ist das eine Frauenjacke, oder eine Herrenjacke? Ich glaube, Herrenjacke. Steht dir aber sehr gut, wie ich finde. Und buffelos dazu. Also auch sehr, sehr bunt. Cooler Fit. Danke, dass du mitgemacht hast, Nina. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Mach weiter so. Tschüss. Tschüss, Baba. Auch da wieder ultra-nice Kicks am Start. Ich glaube, das sind die neuen von Rick Owens. Chillig. Ich glaube, die kaufe ich mir auch. Ja. Wirklich ultra-krasse Fits heute auch wieder. Wir haben jetzt gerade einen 60-, 70-Jährigen oder so getroffen. Mit Yeezy, Aces am Start und dann noch dazu eine alte Brille und eine alte Lederjacke, die irgendwo von einem Store um 5 Euro hat. Richtig krasse Outfits. Aber es will natürlich nicht jeder vor die Kamera, was wir natürlich auch verstehen. Aber trotzdem, auch wenn wir nicht so viele im Video haben, es rennen sicher 5-mal doppelt so viele herum mit coolen Fits. Schauen wir weiter. Wien ist nice in Wormodestin. Ich sage es euch. Ich habe ja keinen Plan, wie es euch taugt, aber mir macht es mega viel Spaß. Ich glaube, das werden wir öfter drehen. Wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare. Let's go. So, Freunde. Wir schauen jetzt zum nächsten Kollegen. Wie heißt du? Auch Max. Ja, witzig. Ich finde, du schaust eher ein bisschen aus wie ich. Was man halt auch dazu sagen muss, wenn man so ein bisschen durch die Straßen geht, hat man auch so das Gefühl, dass die irgendwie alle gleich ausschauen. Muss man auch sagen. Alle einfach Jean, Jordan, irgendein Hoodie und das war's. Also teilweise ist das gar nicht so einfach. Na, da haben wir das beste Beispiel dafür. Grüß euch. Alles gut bei euch? Alles gut. Ah, die Air Force Gang. Nice. Wie geht's euch? Palm Angels am Start? Ja. Wild. Wir klären uns so ein paar Mädchen. Ihr klärt euch ein paar Mädchen? Ja. Und seid ihr erfolgreich bis jetzt? Ja, schon. Ja, viel, wirklich. Hast du die *** heute? Nein, heute nicht. Heute noch nicht, aber wird schon noch, oder? Wie alt seid ihr? 17. 17. Okay, du bist 15. Und du bist auch auf Mädelssuche heute? Ja. In Palm Angels, Flex wird das auf jeden Fall hinhauen, oder? Ja, ja. Beeindruckt sowas die Mädels? Keine Ahnung? Kommt drauf an. Springen die drauf an, oder nicht? Schon schon. Schon? Warum hast du und du kein paar Mädels an? Heute nicht. Heute nicht. Ja, dann wünsche ich dir trotzdem viel Glück, gell? Dankeschön. Danke. Schönen Tag euch, gell? Macht das gut. Ja, cool. Keine Ahnung, was das für ein Trend ist. Ich weiß auch nicht, ob das Flanky Ball ist. Aber egal, wo du hingehst, jeder spielt dieses Spiel. Habe ich dir irgendwas verpasst? Warum ist das so lustig? Kann mich auch irgendwer zu Flanky Ball einladen. So, Freunde. Wir haben eins der coolsten Fits heute gefunden, wie ich finde. Und das trägt die? Sarah. Sarah heißt du. Du hast ein sehr, sehr cooles Outfit. Du hast auch die Nägel, oee, was hast du am Finger gemacht? Nicht geschnitten. Nicht geschnitten, okay. Du hast die Nägel sogar abgestimmt aufs Outfit, oder? Ja. Wenn ich mir so den Strickpullover anschaue, dann hat der auch so Applikationen, gell? Genau, das stimmt. Sehr nice. Wo hast du den her? Den habe ich eigentlich von New Yorker. Von New Yorker. Okay, okay. Ja. Und drunter, das ist so ein bisschen Latex-ledermäßig? Ja, so. Ein Korsett. Cool. Nice. Mit dem Strickpullover drüber kommt wirklich cool. Genau. Auch die Kette mit den Perlen? Selber gemacht. Die Kette hast du selbst gemacht? Ja, also ich mache eigentlich alles kettenmäßig selber. Okay, cool. Also ist das ein bisschen ein Hobby oder verkaufst du das auch? Ja, das ist eigentlich ein Hobby. Das mache ich mit meiner Freundin. Ah, sehr nice. Und du bastelst dann gemeinsam an Ketten? Genau. Ich versuche eigentlich so in Richtung Ringe zu gehen. Ja. Aber Ringe muss man sehr viele Sachen kaufen. Und deswegen habe ich gedacht, Ketten brauchen wir nicht so viele Sachen. Ja. Ich mache mich einfach bei Ketten. Ja. Sehr cool. Da tobst du dich quasi aus ein bisschen. Genau. Auch mit den Haaren, hast du dich selbst gemacht? Nein, die hat meine Mutter. Deine Mutter hat die gemacht? Genau. Wie lange sitzt man da? Ich habe zwei Tage dafür gebracht, weil es sehr lang ist. Ja. An sich, wenn es kurz ist, braucht man manchmal so fünf Stunden, sechs Stunden. Ja. Ist Nicki Minaj ein bisschen ein Vorbild für dich? Ja. Ja? Ja, genau. Also bin ich da nicht ganz falsch? Nein, nein. Okay, cool. Auch mit den Haarspangen, so Butterfly-mäßig? Ja, genau. Sehr, sehr nice. Auch da wieder abgestimmt aufs Outfit? Also du überlegst auf jeden Fall, was du anziehst? Was ich anzieh, genau. Also manchmal schon, manchmal nicht. Also es kommt darauf an, wie mein Mood ist. Ja. Heute fühle ich mich einfach sehr, ich wollte sehr süß ausschauen. Ja, du schaust süß aus. Danke. Ich wollte süß ausschauen, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das. Ja. Und ja, und den Ring habe ich von meiner Mutter. Den hast du von deiner Mutter? Genau. Also so Dinge von den Eltern oder Großeltern tragen, das hat schon so einen eigenen Vibe? Genau. Das hat einen eigenen Vibe, den du fühlst. Okay, die Hose? Die Jeans? Die Jeans habe ich eigentlich zufälligerweise gefunden auf Amazon. Ah, okay. Ich habe eigentlich nach Perücken gesucht. Ah, okay. Wigs? Ja, genau. Und ich habe sie da halt gefunden. Ich dachte mir so, es schaut nice aus. Ich kaufe es mir. Ja. Das steht dir auch gut. Das heißt, mit Applikationen so, das taugt dir? Genau, das stimmt. Dann entspannte Stiefel dazu. Ja, die Boots. Einfach entspan... Oh, die sind auch relativ hoch, gell? Ja, die sind bis da. Wo hast du die her? Ähm, von H&M. H&M. Das war bevor dem Lockdown. Okay. Eigentlich bin ich eher mehr so interwinterig, aber wo ich die gesehen habe, die sind von 100 oder so auf 20 Euro. Ja, da muss man zuschlagen. Ja, da habe ich mir gedacht, ich hole es mir einfach. Ja, ja. Na, steht dir gut. Auch mit der Jacke dazu. Ja. So ein bisschen Leder mit wahrscheinlich kein echt Pelz. Nein, nein, nein. Kein echt. Bist du eher Pelzgegner, oder? Genau, genau. Ja, das sehe ich ähnlich. Das ist nicht so. Top. Für mich eines der coolsten Outfits. Dankeschön. Also Sarah, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Danke. So schlimm war es ja gar nicht, oder? Perfekt. Mach so weiter. Ich finde deinen Style sehr, sehr cool. Danke nochmal fürs Mitmachen und schönen Tag dir. Wünsche ich euch auch. Mach's gut. Tschüss, Baba. Nice, nice, nice. Ja, man findet viele coole Outfits. Ich sag's euch. So Freunde, das war's von dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Mir hat's mega viel Spaß gemacht. Wenn's auch euch viel Spaß gemacht hat, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, wenn wir das nochmal drehen sollen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und Freunde nicht vergessen, 25. Juni Release von MEM Tabula Rase. MEM Tabula Rase. In diesem Sinne, das war's von mir, euer Maximilian.